Hallo, mein Name ist Andreas Jäger und ich habe bei mir in den Berggesprächen den Schauspieler Harald Grasnitzer. Ich freue mich sehr darauf, bis gleich. Ja, hallo, mein Name ist Harald Grasnitzer, soll ich sagen, aber ich bin nicht Harald Grasnitzer, weil eigentlich nicht Andreas Jäger. Und Sie sehen heute bei mir in den Berggesprächen den Schauspieler Harald Grasnitzer.